Das Bundespatentgericht ist ein Bundesgericht und hat seinen Sitz in München. Es wurde am 1. Juli 1961 gegründet. Aufgabe dieses Gerichts ist es, in bestimmten Rechtsstreitigkeiten über gewerbliche Schutzrechte zu entscheiden. Geschichte Seit der Errichtung des Deutschen Patentamts im Jahre 1877 wurden dessen Entscheidungen in einem Beschwerdeverfahren durch besondere Stellen des Patentamts selbst überprüft. Diese Aufgabenteilung wurde auch nach 1949 unter der Geltung des Grundgesetzes zunächst beibehalten. Dadurch entstand das Problem, dass Art. 19 Abs. 4G-Geber jeder Verletzung von Rechten durch die öffentliche Gewalt den Rechtsweg zu unabhängigen Gerichten eröffnet. Den Streit, ob die Beschwerdeausschüsse des Patentamts solche unabhängigen Gerichte waren, entschied das Bundesverwaltungsgericht 1959 dahin. Dass alle Entscheidungen des Patentamts der Kontrolle der Verwaltungsgerichtsbarkeit unterliege. Daraufhin wurde ein 1961 DK-Sekunden-Grundgesetz durch Einfügung von Art. 96 GG ergänzt, wonach der Bund für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht errichten kann. Und das Bundespatentgericht noch im selben Jahr unter Nutzung der jetzt im Grundgesetz geschaffenen Ermächtigung ins Leben gerufen. Gerichtsbarkeit Das Bundespatentgericht gehört formell als einziges bundesrechtlich bestimmtes besonderes Gericht zur ordentlichen Gerichtsbarkeit, weil es GEM Art. 96 Abs. 3 GG im Rechtszug unter dem Bundesgerichtshof eingeordnet ist. Materiell nimmt das Bundespatentgericht verwaltungsgerichtliche Aufgaben der rechtlichen Kontrolle der Entscheidungen des deutschen Patent- und Markenamts und des Bundessortenamts wahr. Darüber hinaus ist es zuständig für Nichtigkeitsklagen, mit denen dritte die Gültigkeit eines nationalen Patentes oder eines europäischen Patents für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder eines dazu erteilten ergänzenden Schutzzertifikatsangreifen. Ferner ist es für die Erteilung von Zwangslizenzen an diesen Patenten zuständig. Für Rechtsstreitigkeiten, in denen die Verletzung eingetragener Schutzrechte geltend gemacht wird, ist nicht das Bundespatentgericht zuständig, sondern die ordentliche Gerichtsbarkeit der Länder, zumeist Spezialkammern bestimmter Landgerichte, Gerichtsorganisation, Spruchkörper. Das Bundespatentgericht entscheidet die einzelnen Streitigkeiten durch Senate, deren Besetzung von der Rechtsmaterie des einzelnen Falles abhängt. Beim Bundespatentgericht wirken als Richter sowohl rechtskundige Mitglieder, die die Befähigung zum Richteramt haben müssen, als auch technische Mitglieder, die in einem Zweig der Technik sachverständig sein müssen. Die Besetzung der Senate ist in 67 PATG, 67 ABS, 1 Mark Heng, 18 ABS, 3 GEP-RMG und 34 ABS, 5 Sorge geregelt. Demnach sind die Technischen Beschwerde-Senate und der Gebrauchsmuster-Senat mit drei technischen Richtern und einem Juristen, die Nichtigkeitssenate mit drei technischen Richtern und zwei Juristen, die Markensenate und der juristische Beschwerde-Senat nur mit drei Juristen besetzt. Im Jahr 2011 waren 120 Richter am BPATG beschäftigt, davon 65 technische Richter. Im Mai 2011 wurde Beate Schmidt als Präsidentin in ihr Amt eingeführt. Vizepräsident ist seit Juli 2010 Klaus Strössner. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist durch die einzelnen Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere durch das Patentgesetz und das Markengesetz, sowie nachrangig durch die Zivilprozessordnung geregelt. Das Gericht nimmt Teil am elektronischen Rechtsverkehr, weshalb dort elektronische Dokumente eingereicht werden können. Seit September 2007 können beim Bundespatentgericht und beim Bundesgerichtshof elektronische Dokumente u.a. in Form des ISO-zertifizierten Open-Dokument-Formats eingereicht werden. Beim Bundespatentgericht bestehen 1 Beschwerde-Senat für Sortenschutz-Sachen, 1 Gebrauchsmuster-Beschwerde-Senat, 1 juristischer Beschwerde-Senat und Nichtigkeits-Senat, 8 Marken-Beschwerde-Senate, 5 Nichtigkeits-Senate, 13 technische Beschwerde-Senate, Präsidenten und Vizepräsidenten, Amtstracht. Die Amtstracht für die Richter und die Urkundsbeamten am Bundespatentgericht wurde mit der Anordnung des Bundespräsidenten über die Amtstracht bei dem Bundespatentgericht festgelegt. Die Amtstracht besteht aus einer Amtsrobe und einem Barrett. Zur schwarzen Amtsrobe wird eine breite weiße Halsbinde mit herabhängenden Enden getragen, ausgenommen Urkundsbeamte, welche eine einfache weiße Halsbinde tragen. Der Besatz an der Amtsrobe und am Barrett ist abhängig von der Funktion. Für Richter ist der Besatz aus stahlblauem Samt und für das Urkundspersonal ist der Besatz aus stahlblauem Wollstoff. Am Barrett trägt der Präsident des Bundespatentgerichts zwei Schnüre in Gold. Der Vizepräsident und die Senatspräsidenten tragen eine Schnur in Gold. Abweichend von der Anordnung wird das Barrett im Gerichtsalltag nicht verwendet. Zudem wird statt der weißen Halsbinde mit herabhängenden Enden häufig eine weiße Krawatte getragen. Siehe auch Entscheidungen des Bundespatentgerichts, Oberster Patent- und Markensenat.